Musik So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's shock Ja, ähm, ich bin ja jetzt Level 3 Uh, nicht schlecht Und, ja, wir warten hier noch auf 3 Neuspieler Jetzt sind es nur noch 2 Okay Und, yo Einer noch und dann geht es schon los Okay, noch 23 Sekunden Die Spannung steigt Ja Gleich geht's los Gleich geht's los Oh Los geht's Noch nicht, schade 4, 3, 2, 1 Los Geht's Immer noch nicht Was ist denn das Aber jetzt ist es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Okay, die Leiste hier erzählen wir jetzt nicht mit Scheiß drauf Oh, cool Resistance Resistance In Paris Ich spiel das Ganze Ab Und Ja Wollen wir mal den Franzosen in den Arsch treten Oder nicht Hm Mal sehen So Los Geht's Na los Oh, Mensch Die brauchen aber auch hier Stunden Warte auf andere Spiele Okay, jetzt geht's los Äh, was ist denn das Ordner Ne, ich spiel jetzt erstmal hier mit dem Aufklärer Mal sehen, wie der sich so macht Und los geht's Ja, Team Deathmatch Die rennen ja alle schon weg Mein ganzes Team Äh, wo ist denn mein Team, äh Das ganze Team ist schon weg Natürlich Ziemlich cool Ich lauf hier erstmal in das komische kleine Haus Ding rein Ah, Scheiß Wow Ja, jetzt hab ich hier wie ein Mädchen geschrien Aber egal Du Scheiß Seht ihr das, was das für ein Verräger ist? So ein Cheater Nein, nein, nein Kein Cheater Egal Wir haben die Führung verloren Ich weiß doch Wo sind sie denn alle im Haus drin? Okay Das bringt natürlich auch nix Wenn alle im Haus hocken Ah Hilfe Kommt noch einer Ich halt mal hier Deckung Oh, oh, da ist einer Ah Oh, nein Seht ihr das? Boah Junge, nee Von so ner Distanz Nicht schlecht für den Kleinen Okay Weiter geht's Du, tu, 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 oh oh Ach Mensch Was ist denn das? Unsere Aufklärungstrone ist online Unsere Aufklärungstrone ist online Das ist sehr schön Los, 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 los Wartet mal kurz Jetzt gehe ich mal hier in Deckung Wie kann man nochmal eine Granate werfen? Äh, Steuerung Aktion Ähm Ähm, 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 ähm Takt Ah, klar, jetzt hat er mich umgebracht Na, wo ist es denn? Nachladen Splittergranate Splittergranate habe ich keine Taste Oh, aber jetzt So, mal sehen Okay Nein, das war die falsche Granate Ah, jetzt Okay, los, 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 los Wo sind sie, wo sind sie? Ah, klar Von der Seite Vor allen Dingen, ich renne da Übelst wie Mr. Flash Um die Ecke und der bringt mich um Klasse So, jetzt hier nochmal rein, rein, rein Da oben ist einer, aber den kriege ich nicht Oh, oh, jetzt renn, 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 renn Wo ist er, wo ist er? Okay, ein Hammer Einer wartet noch auf mich Ah Wow, das war knapp Das war mir sowas von klar, dass der hier drüber springt Und mich von hinten abknallen will Aber natürlich hat das nicht geschafft Der kleine Noob Denn ich bin hier der übelste Gamer Pro Und ich schaff das alles Ah, scheiße Mann, Mann, Mann Da bin ich mal aber geflogen Naja Ich bin hier gleich wieder gespawnt Von daher So weit ist es jetzt nicht entfernt Ah Alter Hab mich grad selbst umgebracht Naja, was soll's Kann ja jeden mal passieren Ja, auch ein Gamer Pro Wie mir Passiert sowas schon mal So, und weiter geht's Bam, 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 bam Ah, da ist er Oh, fuck Na klar, von zwei Seiten wieder Diesmal hier ist Geschütz Hm Na klar Kann mir nicht mal jemand sagen, dass da ein Geschütz ist? Nein Oh, na hallo Was ist denn das? Da bringt mich ein Geschütz um Da bringt mich So ein anderes Ding um Da bringt mich das Auto um Fehlt nur noch Dass hier Das Gebäude mich umbringt Ja Jetzt stürzt hier gleich zusammen Und bam Und tot bin ich Ja So ein Scheiß Aber auch Naja, was soll's Oh, oh Deckung Ich leiche mich jetzt langsam Und vorsichtig hier ran Nanananananana Wo sind sie? Wo sind sie? Uh So, ich mach jetzt erstmal das Geschütz kaputt Nochmal gucken, ob Mein Rücken frei ist Jopp Ah Da kommen sie natürlich wieder von vorne So ein Quatsch So, Granate Oh, das Ding ist schon kaputt Ah Fuck Okay, mein Team ist Na, was ist denn das? Denkt, das Ding ist kaputt? So ein Oh Das Gibt's doch nicht Ah, scheiße Komm, Granate Ich werfe immer Blendgranaten statt richtige Granaten Sonst hätte ich schon 1000 Kills mehr Ah Achso, das ist ja meiner, Entschuldigung Au, man Mann bin ich schlecht Komm schon, wow, 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 wow Wie steht's eigentlich? Keine Ahnung Oh, ja Was ist eine Bodenluftrakete? Wo denn? Ja, die kommt sich auf mich zu Das weist sich Ich glaube, ich darf nicht mehr so oft rumrennen Und stattdessen lieber mal ein bisschen hier mehr Gucken, wo welche Ah, Sinn Oh, das war knapp Da ist noch einer Oh, das ist ja ein cooles Teil Na Was ist denn das für ein Ding? Sind wir jetzt schon bei Terminator angelangt Oder was sind das für Teile? Oh, da gibt's schöne Güter Güter für Groß und Klein Und ich krieg natürlich wieder nichts ab Das war natürlich wieder klar Okay, hier oben hat sich einer verschanzt Ah, Mann Von hinten So Jetzt muss ich mal ein bisschen hier aufpassen Ach du Scheiße Na klar Da kommt eine ganze Herde von Helikoptern Die sind doch alle hier gestört Junge, nee Na los, Feuer, mach mich tot Da hast du mich gleich auch mal geschafft Ah, nein Na gut, immer im Abschuss Im letzten Abschuss Bild mit dabei Okay, aber Okay Hier, da bin ich Wow Der Gamer, wo wir hier langläuft Wow Bam Zack Wow Das war's schon wieder Okay Gut, diesmal bin ich ein bisschen öfters gestorben Naja, die zehnmal mehr Das macht jetzt auch nichts Okay Bis gleich Und natürlich verabschiede ich mich erst mal Ciao Ciao